Da kamen auch schon die vier Musikanten herein, mit Geige, Klarinette, Gitarre und Ziehharmonika. Sie grüßten höflich und sagten, wann die Herrschaften erlauben, spielen wir a bisserl dazu. Na was denn, brüllte der Xandel. Aber haben sollt sie auch was davon. Die Wetti war mitgekommen. Die Resel stellte sie als ihre Nichte vor. Die Herren grinsten und die Wetti knickste wie ein kleines Mädel. Aber sie hatte es auch unter den Ohren, denn sie wehrte sich nur zum Schein, als sie der Lechner, der besonders aus sie flog, zum Tisch drängte. Sie stellte sich neben die Resel und warf mit einem geschickten Ruck ihres Puppus sich selbst den leichten Kittel hoch. Der Lechner hatte schon seine Nudel parat, aber der Xandel brüllte. Obst du aufhörst, vorgegen tun mir dir nichts. Der Lechner brummte, hielt sich aber zurück und riss seiner Wetti dafür einstweilen das Leiberl auf. Sie hatte große, braune, aber ein wenig schlaffe Leiberlen. Der Lechner aber schien gerade das gern zu haben, denn er wog die Brüste in den Händen und geilte ihr die dunkelbraunen Brustwarzen auf. Die Wetti hielt die Augen geschlossen und tat wieder gscharmig. Nun legten auch Steffi und ich uns halb über den Tisch. Der Biernecker trat hinter mich, der Warmbacher ging zu Steffi. Als dann, Musik, kommandierte Xandel. Nun mussten sich die vier Schrammerlen auf der anderen Seite des Tisches aufstellen. Sie wunderten sich gar nicht, denn wahrscheinlich spielten sie öfters zu solchen Tänzen auf. Bayonett auf, kommandierte Xandel, der sich heute ganz wie ein Deutschmeisterkorporal fühlte. Die vier Musikantennudeln kamen wie von selbst zum Vorschein. Nun ergriff die Räsel den kurzen, roten Schwanz des Harmonikaspielers. Die Wetti, die sich rückwärts vom Lechner behandeln ließ, packte das Glied des Geigers. Ich bekam die Nudel des Klarinettenspielers und die Steffi endlich rieb den Gitarrenspieler. Seid's alle drin? Ja, brüllten wir im Chor. Könnt's ein Radetzky-Morsch, fragte Xandel, dem die Stimme fast überschnappte. So geil war er aufs Vögeln der feschen, tüchtigen Räsel. Als dann, gehen Sie es an, aber dass die Kapelle nicht aus dem Takt kommt. Das war die herrlichste Ramelei, die ich je gesehen hatte. Die acht Männer standen sich gegenüber, zwischen je zweien ein Frauenzimmer und alles ging wunderbar im Takt. Ob zwar das für die Musikanten schwer war. Zwölf Menschen hatten so auf einmal ihr Vergnügen und der Lärm der Instrumente, das Scheppern des Tisches, auf den wir uns stützten, und die geilen Rufe seufzter und Witze der Vögelnden machten einen höllischen Lärm. Fester, Xandel, fester, ah, hast du noch nicht verlernt? Feucht ist das Fummerl, aber schön tief. Schieben ist kein Sünd, kalt ist es nicht, ah? Weiberl, Warzeln, hast wie die Kompostschüsseln. Da komm ich ja gar nicht durch, vor lauter Haar. A futtert die Wetti, wie als a Bär. Ja, nur a bissl fester, haha, fester, net so reißen, halt dich nur an. Dazu hab ich's ja. Ah, du hast aber einen Jessas, der zerreißt ein ja. Ah, ja, jetzt, um Gottes Willen, ich werd narrisch, als wär's Stemmeisen, der läuft ja über. Ah, dann ist es ja recht, spürst ihn, den Nudelwalker. So ging es durcheinander. Fast gleichzeitig kam es dem Xandel, dem Biernecker und dem Warmbacher, dem allerdings nur ein paar Tröpfern. Er hatte sich heut schon brav geplagt. Aber schon seinen riesen Schwammerling in der Spalte zu haben, stand dafür, und er hatte auch brav mit den Fingern an meiner Spalte nachgeholfen. Die Resel lehnte am Tisch und verschnaufte. Xandels Segen rann ihr zwischen den Schenkeln über die schönen schwarzen Strümpfe herunter. Sie musste aber noch nicht ganz fertig sein, denn sie reizte mit der einen Hand ihre großen, feuerroten Brustwarzen und rieb mit der anderen ihre unersättliche Futt, dass die dichten, braunen Haare knisterten. Jetzt'n schaut's den Toni an! Der hat allerweil a Spezialität! Der Xandel, dessen Schwanz noch halb stand, beutelte sich vor Lachen. Der Lechner Toni, ein Meister im Stämmen, hatte, während er es seiner Wetti machte, die Virginie im Mund behalten. Den Hintern des Mädels hielt er eng an sich gepresst, drehte und stieß schön langsam seinen Kandelaber in ihr herum, aber ohne den Oberleib zu rühren. Dabei blies er gemächlich aus dem Mundwinkel ein paar Rauchringe. Dann aber fiel ihm plötzlich die Zigarre herunter. Er brüllte auf, so stark kam es ihm. Noch während er spritzte, riss er seinen Pumpenschwingel aus Wettis Spalte, warf den Oberkörper zurück und spritzte zwischen die Musikanten durch an die Wand. Also, direkt ins Schwarze! Toni, du bist der Nummer! Na, das war erst der Nummero! wehrte der Lechner bescheiden ab, klaubte seine Virginie auf und ließ seinen Schwanz ruhig draußen abtropfen, während er weiter Rauchringerl blies. Wir standen und lagen auf Sesseln erschöpft herum. Die Frauen richteten ihre Strumpfbänder, die Steffi schmierte sich ein wenig Butter in ihr Fummerl, damit es besser gleiten sollte, denn jetzt sollte es erst ja richtig schön werden. Die Musikanten, die zum Schluss, als es ganz wild wurde, doch aus dem Takt gekommen waren, standen beisammen, rieben ihre Nudeln und ließen ihren Samen in dicken Patzen ganz einfach auf den Boden fallen. Die Räsel, die noch immer keuchte, stürzte auf einmal zu dem Harmonikaspieler hin, warf sich nieder und steckte seinen Schwanz, der dunkelrot glühte in den Mund. Sie hatte den Augenblick sehr schön abgepasst, denn gerade als sie den Mund über seiner Eichel schloss, kam es ihm und sie schmatzte seine ganze Ladung hinunter. Sie schluckte befriedigt, leckte sich mit dem spitzen, geschickten Züngerl die Lippen und sagte, »Dass nichts umkommt in so einer großen Wirtschaft. Aber geh, mit dem Herrn Kapellmeister hast du es auch? Ja, wann kommst denn du da eigentlich zum Weinausschenken?«, fragte Xandl. Da hörten wir ein Splittern und Krachen und einen gewaltigen Bumser. Wir hatten vorhin eine kleine Seitentüre abzusperren zu vergessen und Scharni, der Piccolo, war ohne, dass wir es merkten, hereingekommen, um frischen Wein zu bringen. Vor lauter Schrecken war dem armen Buben die ganze Tasse mit den Flaschen heruntergefallen und jetzt stand er, rot wie Feuer, ganz versteinert in einer riesigen roten Lache. »Jessas und Josef, Mistbub-Elendiger, wannst was sorgst, meiner Seele, reiß dir den Schädel ab!«, zeterte die Räsel, die ja vor ihrem Personal als Respektperson dastehen musste. Aber der arme Scharnal wusste gar nicht, wohin er schauen sollte. Rundherum lauter tröpfende Schwänze, wo er hinsah, nackte Tutteln und klaffende Fummeln. Sogar seine abstehenden Ohren wurden rot und er stammelte ganz verdattert. »Meine Herren, die Frau Wirtin, die Kneffrau, die Frau wie...« Aber der Lechner, der jetzt sehr obenauf war, patschte dem Piccolo auf den Rücken und fragte gemütlich, »Da schaust halt, Burscherl, was? Kannst das am Ende auch schon?« Der Bub wurde noch röter und weinte fast. Aber er musste ihnen erzählen, wie er den Schankburschen und das eine Küchenmädel dabei erwischt und dafür ein paar fürchterliche Ohrfeigen bekommen habe. »No, bei uns gibt es keine Tätschen. Brauchst sie nicht fürchten. Du darfst sogar mitspielen,« sagte Xandl. »Möchtst gern der Hauswirt werden?« Der Bub stierte ganz blöd. »No, ob du deine Chefin, die fesche Frau Wirtin, auch mal pudern möchtst.« Die Resel kreischte ganz entrüstet und schimpfte. »Seid's narrisch!« »Überhaupt für sowas bin ich nicht da und da hat er Zeit nach der Firmung.« Aber dabei musste sie das Lachen verbeißen, und drehte ihren geilen Hintern und hatte die Hand unterm Rock. Der Warmbacher sagte, »Aber Räsel, armer ist keinmal und der Bub soll auch wissen, dass heut Sonntag ist.« Die Resel kicherte noch immer, aber die Männer rissen ihr ihre Schürze, das leichte Kitterl und das Hemd herunter. Sowas habe ich selten gesehen. Die Resel war vielleicht ein Trampel, aber ein Fäscher. Sehr groß war sie, ganz weiß am Körper, und mir, ihrem riesigen Hintern und den ungeheuren Brüsten, sah sie aus wie eine Riesenfigur auf einem Denkmal. Die Wetti war derweil bei dem Piccolo niedergekniet und zog seine kleine Nudel heraus, die aber einstweilen noch ganz schlaff war. Der Bub hatte Angst. Die Steffi half ihm und kitzelte dem Buben die Hoden, während die Wetti seine Eichel in den Mund nahm. Die Räsel war schon ungeduldig, aber endlich stand der Schwanz des kleinen Kellners. Er war nicht sehr lang, aber gut zu brauchen. Bloß traute sich der Bub mit seinem kleinen, steifen Stemmeisen nicht. Xandl hatte eine Glanzidee. Sie ist ihm ja zu hoch, seine Frau Schäfin. Da langt er nicht nauf, der Scharni. Und er holte ein Fußbankerl, stellte es hinter der Räsel, ihrem Rücken auf, packte Scharni am Kragen und hob ihn mit einem Ruck hinauf. So, jetzt machst deine Kellermeisterprüfung. Die Räsel, der das Ganze ein Riesenspaß machte, griff zwischen ihren Mordsschenkeln nach dem Glied des kleinen Fickers und führte ihn gutmütig zum Kellereingang. Da aber packte es den Buben. Er stieß wie ein Großer, nur konnte er den riesigen Hintern der gnädigen Frau kaum umspannen. Marandana, der erstickt uns ja, sagte der Biernecker. Er griff eine Serviette und fächelte dem vögelnden Piccolo Luft zu. Die Räsel kicherte, wimmerte und miaute. Er versteht's schon. Ah, wie gut, sowas Junges ist ja nicht schlecht. Eichel hat er, wie eine Haselnuss. Er lernt's schon noch. Schön reinspritzern, Schornel. Nix daneben. Du bist ja sonst ganz gescheit. Oh, wie er umweckelt. Oh, pass auf, dass er nicht stecken bleibt. Jetzt kommt's ihm jetzt. All's in die Fummel. Schorni, aus! Dann klapperte sie mit den Zähnen und war fertig. Xandl hob den Buben, der ganz verschwitzt war, und taumelte wieder herunter. Brav warst. Wirst noch ein guter Kellermeister. Dann bekam Scharnal noch einen Gulden fürs Maulhalten und schlich ganz erschöpft hinaus. Wir aber machten uns daran, für die Schluss- und Ehrennummer die engste Futt zu suchen. Dazu mussten wir Frauen uns nach rückwärts über den Tisch legen und der Biernecker steckte jeder schön langsam eine Salamiewurst in die Spalte, die fast so dick war wie ein Kinderarm. Die Riesel nahm die halbe Wurst ganz mühelos auf. Ihre Futt schnappte nur so und sie schämte sich ein wenig. Na ja, das macht halt der große Betrieb, tröstete man sie. Dann kam die Steffi dran, bei der sie aber nur ein kleines Stückerl hineinging. Dafür brachte man in der Spalte der schwarzen Wetti fast wieder die halbe Salami unter und endlich kam ich an die Reihe. Als sie den Zipfel der Wurst mir hineindrehten, war mir das erst angenehm, aber plötzlich tat es mir weh. Ich drückte die Beine zusammen, dass die Wurst ein ganzes Stück weit weg sprang. Tauglich, sagten die Herren. Der Xandl wurde dazu ausersehen, es mir zu machen, damit, wie er sagte, ich nicht eifersüchtig werden möchte. Der Biernecker und der Warmbacher fassten mich unter die Achseln und hoben mich hoch, während mir der Xandl den Rock bis zum Bauch hinauf schlug und mir von unten sein Glied hineinsteckte. Dann schloss ich die Beine um seinen großen Hintern und die zwei ließen mich so weit nach rückwärts sinken, dass ich nah über dem Boden hing. Die anderen stellten sich herum und sahen zu. Die Frauen mit gespreizten Beinen und von hinten kamen zur Wetti der Klarinettenbläser, zu Steffi, der Harmonikaspieler und zu der unermüdlichen Resel, der Geiger. Die Schwänze wurden untergebracht und nun hatten wir wieder vier rammelnde Paare. Halt, rief da der Lechner Toni, auf mich habt ihr ganz vergessen. Da gib her, die Gitarre ist ja auch aweib. Und er nahm die große Kontragitarre mit den zwei Hälsen, stellte sie auf einen Sessel und sich mit gespreizten Beinen davor. Dann hielt er sich an den beiden Hälsen des Instrumentes fest und steckte seinen Schwanz in das Schallloch der Gitarre zwischen den Seiten durch. Dass du ja kein Kind machst, Toni, das war ein Mandolin, das könnten wir nicht brauchen. Dann begannen die drei Paare zu ficken und der Birnecker und der Warmbacher schwenkten mich langsam hin und her, immer zum Xandl hin, dessen Glied mir dabei von selbst immer in der Ritze hin und her rutschte. Xandl stand mit gespreizten Beinen, ließ es sich schön kommen und brauchte gar nichts zu machen. Der Birnecker und der Warmbacher sangen dazu »Ans, zwei, die Päppel kommt, eins, zwei, das Fummel brummt, eins, zwei, Spritzerei, eins, zwei, ist nix dabei.« Damit die zwei Herren nicht leer ausgehen sollten, hatte ich rechtzeitig ihre Nudeln herausgenommen und zog sie gegeneinander, sodass die zwei Eicheln gerade über meinem Mund sich berührten. »Aber nicht zusammenstoßen, mir sahen ja keine Warmen«, mahnte der Birnecker. Ich rieb fleißig und ließ mich schwenken und gerade, als der Xandl seinen warmen Brunnen in mich spritzte, tropfte es auch von oben in doppelter Portion in meinen Mund. Dann sahen wir alle dem Lechner zu, wie er die Gitarre vögelte. »Schrumm, schrumm«, »a bissl hart geht halt, die zwickt mir ihn ja ab. Bling, bling. Galt ja, das hast noch nicht erlebt, aber ein schönes, großes Loch hat's halt. Hopp auf, hopp auf, schrumm, schrumm, oh ja. No als dann, so geht's auch.« Richtig spritzte der Tuni in die Gitarre hinein. Dann gab der Xandl der Feschenresel ein Hunderter. Das war ein Vielfaches der Zeche und es blieb noch sehr viel für Trinkgelder übrig. Die Wetti bekam einen Zwanziger, den ihr der Lechner zwischen die Tutteln steckte. Als er dort wieder herausfiel, steckte ihn der Lechner zusammengefaltet in die Feige der Wetti und sagte, »So, da bleibt er aber picken.« Dem Gitarrenspieler gab Xandl noch extra ein Hunderter als Alimente für die Klappen. Auf der Heimfahrt saßen wir wieder bis Skodal. Der Fiaker blinzelte zu mir, aber ich machte mich nichts wissen. Wir waren alle todmüde. Ich saß zwischen dem Lechner und dem Warmbacher. Der Warmbacher schlief. Der Lechner wollte mich unter der Wagendecke ein wenig filzen, aber er bekam eine über die Hand. Ich war ehrlich müd. Dafür ging es im zweiten Wagen hinten lustig zu. Dort saß Xandl mit dem Birnecker und der Steffi. Die Gassen waren schon hübsch dunkel und als ich einmal zurücksah, sah ich die Steffi undeutlich auf- und abhopsen. Wahrscheinlich hatte sie wieder einen Laternenpfahl drin und riskierte auf der Heimfahrt noch eine kleine Reiterei. Beim Einschlafen musste ich noch immer an die fesche Resel denken. Man kann neben Heurigem auch noch was anderes ausschenken und sich ganz wohl dabei fühlen. Sicher stammt die Resel, so wie ich, von ganz kleinen Leuten und heute war sie die viel umworbene, angesehene, reiche Hauswirten und hatte die feinsten Leute zu Kunden. Wenn man's geschickt macht, darf einem keiner Hur sagen. Aber sie verstand ihr Geschäft und einen Witz und wenn man das kann, ist man schon wer. Ich hatte Respekt vor der Resel und hätte auch gern so einen heurigen Schank gehabt. Ting und Nein, das war .